Der Mensch nutzt nur 10% seines Gehirns, habe ich gehört, als ich so ungefähr 13, 14 war und zu dem Zeitpunkt schien mir diese im damaligen Gespräch als wissenschaftlicher Befund dargestellte Aussage einleuchtend und sogar in gewisser Weise erleuchtend, weil ich dachte, ja genau, ich habe auch das Gefühl, nicht mein ganzes Potenzial auszuschöpfen und es gibt da doch diese hyperintelligenten Wunderkinder und diese schwebenden Fakire und so und wenn ich erst einmal meine schlummernden 90% aktiviert habe, kann ich bestimmt fliegen und in einem Nebensatz Einstein widerlegen. Irgendwann habe ich dann Psychologie studiert, dabei auch was übers Gehirn gelernt und erst nach dem Studium fiel mir nochmal diese 10% Geschichte ein und das Erstaunliche an diesem populären Mythos ist nicht etwa, dass er falsch ist, also dass die Prozentangabe nicht ganz stimmt, sondern dass er einfach grundlegend keinen Sinn ergibt. Das Gehirn ist dieses etwa anderthalb Kilo schwere, wurmartig gefaltete Ding in unseren Köpfen und es besteht unter anderem aus Blutgefäßen, verschiedenen Arten von Zellen und Hohlräumen, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. Von diesen Hohlräumen gibt es vier und man kann sie sich als miteinander verbundenes Sehensystem im Gehirn vorstellen. Zellen gibt es ein paar mehr, nämlich etwa 100 Milliarden Nervenzellen und eine noch wesentlich unvorstellbare Anzahl an Stützzellen. Die Nervenzellen mit Hilfe der Stützzellen besorgen die Informationsverarbeitung und Weiterleitung. Unter anderem vollbringen sie also das Wunder, aus elektrischen und chemischen Signalen dieses bunte, üppige Bild zu erzeugen, das wir meinen, wenn wir sagen, dass wir uns die Welt anschauen. Dieser Vorgang passiert permanent und kontinuierlich und nebenbei reguliert das Gehirn Atmung und Verdauung, produziert Gedanken und Gefühle und hält Ausschau nach potenziell gefährlichen Reizen und Fortpflanzungsmöglichkeiten. Wenn ich von dem Gehirn spreche, meine ich damit übrigens nicht, dass alle Gehirne gleich sind. Mein Gehirn unterscheidet sich von deinem Gehirn genauso wie meine Nase sich von deiner Nase unterscheidet. Wir wissen natürlich direkt, was wir mit Nase meinen und können uns über gemeinsame Merkmale unserer Nasen unterhalten. Aber uns ist auch klar, dass sie nicht identisch sind und dass Bekannte uns erkennen können anhand unseres Aussehens, unseres Ganges, unserer Art zu sprechen. Und genauso ist es mit dem Gehirn auch. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber jedes Gehirn ist doch unverkennbar das der Person, zu der es gehört und das es sonst nirgendwo gibt. Das liegt zum einen an der einmaligen Genausstattung, dem zugrunde liegenden Bauplan von Hirn, Körper, Protein und zum anderen an den vielen einzigartigen Erfahrungen, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens macht und die das Gehirn prägen. Gehirne reagieren sensibel auf Umwelteinflüsse und können erstaunlich flexibel mit Anforderungen umgehen. Zum Beispiel haben wir ganz hinten im Kopf den visuellen Kortex, da wird alles verarbeitet, was mit Sehen zu tun hat. Was ist nun mit Menschen, die blind zur Welt kommen? Die haben da nicht nichts, kein Vakuum, sondern sie nutzen diese Hirngebiete für andere Dinge. Diese Fähigkeit kommt auch bei später im Leben zugezogenen Verletzungen zum Tragen. Wenn ein Hirnteil ausfällt, ist es innerhalb gewisser Grenzen möglich, dass dessen Funktion von anderen Gebieten übernommen werden. Verletzungen oder sonstige Besonderheiten zu untersuchen, ist in der Hirnforschung eine sehr beliebte Art, Erkenntnisse zu gewinnen. Wenn Menschen aufgrund trauriger Umstände, Autounfall, Schlaganfall, Schäden am Gehirn erleiden, interessieren sich die Wissenschaftler dafür, wie die Beeinträchtigung dieser speziellen Hirnregion sich auf das Verhalten und Erleben des Betroffenen auswirkt. Und daraus erhofft man sich dann, Rückschlüsse auf gesunde Gehirne ziehen zu können, dergestalt, dass die Rolle der untersuchten Region bei bestimmten Funktionen klarer wird. Es gibt da zum Beispiel den berühmten Fall Phineas Gage. Dieser Eisenbahnbauarbeiter hatte das Unglück, bei einer Explosion einen großen Kolben durch seinen Kopf gejagt zu bekommen, genauer gesagt durch seinen linken Frontallappen vorne im Kopf. Nachdem er sich von dem Unfall hatte erholen können, bemerkten Bekannte, Freunde und sein Arzt deutliche Veränderungen in seiner Persönlichkeit. Diese Anekdote lässt vermuten, dass der linke Frontallappen irgendwie mit der Persönlichkeit von Menschen im Zusammenhang steht. Und wir können versuchen, aus der Veränderung von Phineas Gage Hypothesen abzuleiten, welche Eigenschaften genau mit den betroffenen Hirnregionen zu tun haben. Idiosynkrasie bedeutet Eigentümlichkeit. Und in der Sozialpsychologie gibt es die Idee, dass man sich das Recht auf Eigentümlichkeit sozusagen verdienen kann. Also wenn ich zum Beispiel ein paar Leute zum Kochen zu mir einlade und davor nett einkaufen gehe und eine Woche später eingeladen werde und mich an der Unterhaltung beteilige und auch Spülen helfe und meinem Drang, nackt auf dem Tisch zu tanzen, nicht nachgebe, dann gewährt die Gruppe mir mit der Zeit einen immer größeren Kredit für abweichendes Verhalten. In der vierten Woche kann ich vielleicht mal ohne abzusagen nicht erscheinen, ohne dass es ein großes Drama ist und ich aus der Gruppe ausgeschlossen werde. In der siebten Woche habe ich dann schon einen Furz am Tisch frei und nach ein paar Jahren kann ich an einem Kochabend mal total abspacken und tatsächlich nackt auf dem Tisch tanzen, ohne dass die gegenseitige Zuneigung erlischt. Weil ich Idiosynkrasie-Kredit in dieser Gruppe habe. Wie sich mein Kredit in einer Gruppe entwickelt, das ist von Gruppe zu Gruppe verschieden. Er könnte einfach stetig über die Zeit anwachsen. Es könnte sein, dass ich einmal ein hartes Initiationsritual durchlaufen muss und danach unbestritten volles Mitglied der Gruppe bin. Es könnte sein, dass ich von Zeit zu Zeit stufenweise in meinem sozialen Status befördert werde und mir so mehr und mehr Rechte verdiene, die Geheimnisse der Gruppe kennen zu dürfen. Ebenso ist es extrem gruppenabhängig, welche Verhaltensweisen mir überhaupt Kredit erwerben und mit welchen ich Kredit verspiele. Es gibt auch Gruppen, in denen furzende Tänzer die Norm sind und wo es total ungewöhnlich ist, überhaupt selbst zu kochen. Da ist jede Gruppe idiosynkratisch. Jetzt habe ich das Wort nochmal auf einer Metaebene benutzt. Verrückt. Zurück zum Hirn und meiner relativ zusammenhangslosen Auflistung von einigen seiner Eigenschaften. Was da oben in unseren Köpfen passiert, ist zwar maximal weit vom Boden entfernt, was unsere körperinterne Topographie in vielen Wachzuständen angeht, aber das heißt nicht, dass da nur höhere Funktionen stattfinden, wie Gedichte verstehen, Gebäude entwerfen oder sich still an bissigen Kommentaren ergötzen, die man sich verkniffen hat. Es ist naheliegend und sicher auch nicht verkehrt, bestimmte Aktivitäten mit bestimmten Körperteilen in Verbindung zu bringen. Laufen Beine, Riechen Nase, Klavier Hände, Atmen Nunge und so weiter. Und bei diesem Denken werden viele höhere Funktionen dem Gehirn oder dem Kopf zugeschrieben, weil es keinen anderen Körperteil gibt, der denkt, fantasiert, assoziiert. Aber das Gehirn ist eben nicht nur höheres, sondern es ist bei allen Prozessen irgendwie mit dabei. Und vielleicht ist es nicht überflüssig zu erwähnen, dass auch der Körper nicht unberührt bleibt von sogenannten kopflastigen Aktivitäten. Wenn ich zum Beispiel an die in der depressiven Community beliebte Freizeitgestaltung des Grübelns denke, sehe ich stressinduzierende Gedanken und dieser Stress ist selbstverständlich nicht auf das Gehirn beschränkt, sondern versetzt den gesamten Körper in Alarmbereitschaft und laugt ihn auf die Dauer aus. Es gibt so Sachen wie automatische Reflexe, die tatsächlich ganz umweglos und schnell vonstatten gehen, aber auch das kriegt das Gehirn mit. Bewegung, Erinnerung, die innere Uhr, Sex, Atmung, Verdauung, Angst, Liebe, Wahrnehmung. Das Gehirn ist bei alledem involviert. Und wenn man vom Rückenmark aus die Hirnregionen nach oben hin abgeht, angefangen beim verlängerten Rückenmark, das bereits zum Gehirn gezählt wird, über das Mittelhirn bis hin zum heutzutage so viel thematisierten Cortex, kann man den langwierigen Entwicklungsprozess nachvollziehen, den die Menschheit im Zuge ihrer immer feineren Anpassung an die Lebensumstände auf diesem Planeten hinter sich gebracht hat. Unten im Hirnstamm werden die basaleren Funktionen gesteuert, die wir mit vielen Lebewesen gemeinsam haben, zum Beispiel Atmung, Alarmierung, Brechreiz. Und je weiter hoch wir gehen, umso komplexer werden die Funktionen bis hin zu Beethovens neunte oder was auch immer man als tolle kulturelle Errungenschaft betrachten möchte. Bei mir wäre Pizza mit Käse im Rand zum Beispiel Kopf an Kopf mit Kafka. Mit Hinblick auf das 10%-Meme möchte ich nochmal betonen, dass unsere heutigen Gehirne keine aus der Luft gegriffenen Erfindungen sind, sondern Zwischenergebnisse eines fortlaufenden Anpassungsprozesses an die konkreten Lebensumstände hier. Fotografien von Auf dem Mond sehen ziemlich grau und eintönig aus, ne? Es liegt aber nicht daran, dass es dort nichts wahrzunehmen gibt, sondern daran, dass unsere Augen hier auf der Erde in einem kleinen, für unser Überleben bedeutenden Bereich zu unterscheiden gelernt haben zwischen verschiedenen Wellenlängen. Gleiches gilt für den Rest unserer Körper und damit auch für unsere Gehirne. Und in diesem Wechselspiel zwischen Lebewesen und Umgebung bleibt nicht viel Raum für die Entwicklung von Bereichen, die über lange Zeiträume einfach ungenutzt brach liegen. Die Prozentidee verliert noch mehr an Grund, wenn man sich die Einzelbausteine des Gehirns anschaut. Nervenzellen sind schon von außen betrachtet nicht allzu faul, in der Regel senden sie fleißig Signale weiter und das mit einer Frequenz von bis zu 1000 und ein paar Signalen pro Sekunde. Innerhalb jeder Zelle geht es zu wie in einem Bienenstock, da werden Gene expressiert, Aminosäureketten transportiert, da wird aufgebaut, in Stand gehalten, zersetzt. Es findet rege Handel mit dem Ausland statt und das alles in Maßstäben und Geschwindigkeiten, wie der Verstand nur mit ehrfürchtig gezogenem Hut zu begreifen, versuchen wagt. Und alle diese Vorgänge innerhalb von Zellen erfüllen eine Funktion. Und jede Nervenzelle wiederum hat ihren Platz im Zellverband. Und jeder Zellverband arbeitet, ähnlich einer Abteilung in einem Unternehmen, mit anderen Zellverbänden zusammen und gemeinsam ermöglichen die Verbände bestimmte Leistungen und so weiter und so fort, bis wir irgendwann in der Lage sind, uns über relativ abstrakte Inhalte mithilfe eines komplexen Verständigungssystems auszutauschen. Im Durchschnitt hat eine Nervenzelle in unserem Gehirn circa 7000 Stellen, an denen sie mit anderen Zellen in Kontakt tritt. Fazit Der Mensch, so wie jedes Lebewesen, nutzt 100% seines Gehirns. Immer und grundsätzlich. Das bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass wir ausgelernt haben, dass wir uns nicht mehr weiterentwickeln können. Wenn wir uns die Welt heute oder uns selbst anschauen, sehen wir willkürlich durch den Zeitpunkt unserer Existenz herausgepickte Zwischenzustände eines Entwicklungsprozesses, der so alt ist wie das Universum und sich so weit in die Zukunft hinein erstreckt wie die Zeit selbst.